Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront mit dem Zorbus Außerdem dem Tombi, hallo und natürlich auch noch dem lieben Darkseid Wir spielen Helden vs. Schurken und sind gerade die Helden Also ich nicht Ja, ich auch nicht Warte, ist überhaupt niemand Held von uns? Ja, ja, ich bin aber voll geil, Alter, voll geil, du sagst auch mit Darkseid Er sagt gerade so Hallo und du redest halt vorbei Sorry, sorry, okay, jetzt ist Darkseid's Moment Ich sag nichts mehr, nein, nein, jetzt ist Darkseid dran Du weißt, sowas hätte ich mit dir niemals gemacht Ja, ja, ich lass dich nur aus Jetzt wird er wieder in dein Team plötzlich Vorhin war er die ganze Zeit gemeckert, aber jetzt ist er sofort wieder Jetzt vermisst er dich schon Er kann nicht ohne dich, du siehst das Ja, ey, mal rüber gehen hier Da ist Luke übrigens Er hat keinen Bock mehr auf Drachenbursches Sprüche hier übrigens Ja, ja, ja Ist zu viel des Guten, oder? Oh, das ist los, das ist los So, da kommt, erzählt doch mal, wo ihr seid Ah! In der Mitte bin ich Ne, ich darf's ja nicht sagen Genau, das Der arme Tombi ist gegen uns, ist gemein Mal gucken, wie es läuft Ey, Alter, wie seid ihr denn? Was seid ihr denn? Irgendwann gesagt Nein, ich bin sehr weg Nein Da steht so ne rote Garde mit P21er oben drauf So, Ehrengarde Okay, Ehrengarde war ne doofe Idee hier Danke Tombi, danke So, das war ich direkt vor dir, das tut mir leid Ne, eigentlich nicht Das dachte mir Oh man Oh man Ja, nicht gut Ja, der Tombi, der tut mir leid, ich schieße ihn ne ganze Zeit nonstop in den Rücken Ja, ich weiß Ich weiß, Darkseid stand die ganze Zeit mit Eimer Fee vor mir Ich wollte den Darkseid So ne Scheiße Wo ist denn hier mein Imperator gewesen? Da hat sich der Dwayne halt hier irgendwie jetzt hochgeheilt schon wieder Wo ist denn eigentlich der Piosk, Alter, der chillt ja noch Ja, haha, ich hab die Plasterkolone aufgestellt und der ist direkt in mich reingeschlogen, der Imperator Ja, geil Ich hab nur einmal geschossen, glaube ich, und das ist echt tierig rein Ich dachte, er fliegt drüber und ich krieg ihn nicht mehr Ich hab's genau gesehen Ja, boah, ich hatte auch nicht mehr viel, ja Jawoll Oh mein Gott Ach man Man kann nicht immer gewinnen, Tommi Naja, Tommi, du Flasche 1% und der kill dich einfach nicht, ey Du Flasche Weißt du, da wird der von Darkseid hier Von seinem Held in Strahlen Von seiner Rüstung wird er hier gerettet Ich hab nichts gesehen Ich hab nichts gesehen, es war ein ganz normaler Einzelkampf gewesen Was ich nachher erstmal ein Bett bedanken dafür, Alter Vor allem ganz normaler Einzelkampf Hilfe, Hilfe, die Star Vader Das war nur so geplant, Mann Dass er denkt, ich bin schwach und dann zack kommt die Quittung Völlig unerwartet Ist ja aufgegangen Genau So, ich bin mal ne Runde Chewbacca wieder Ah, geil, ey Da freut er sich, ey Ja Wieso hat uns eigentlich schon wieder keiner geheilt? Ich hab meine Leute geheilt, die in der Nähe waren Keine Ahnung, wo ich stande Jawoll, schon wieder ein Assist bekommen Mensch Ach, Tom, hier ist schon wieder Held, oder? Nein, 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 nein Ja, ja, natürlich nicht Au Von wo? Ach, das sind meine Leute, die mir da im Rücken schließen Ich glaub, da kommen gleich wieder die Leute von links aufpassen Links? Ja Ah ja, da kam gerade einer zumindest Einer hat sich her getraut Oben steht einer drauf Oh, der ist zu verdrecklich, ey Oh, der Plowder, der Plowder Der war ganz gut, oder? Ja Der hat mich richtig erwischt Bööse Sache, böse Sache so in dem Plowder Ich glaub den Wälder auch Also Jungs, er ist Wälder wieder Er ist Wälder Ja, die auch sonst Ich bin nicht Wälder Oh, hier ist Greedo Oh, hier ist Greedo Wunderbarer, ja Ja, ich bin ja Chewbacca Aber jetzt ist er nicht mehr da Oh, meine Chewbacca's Armbrust hat auch mal wieder eine Wecke Oh, 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 oh Da ist Greedo Da ist Greedo auch noch Da ist Greedo und Greedo Und da ist Greedo auch noch Da ist Greedo und Greedo und Greedo Ja, ist gesetzt, ist gesetzt Nein 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 Na, ich häng am Baum fest Oh, jetzt Bisschen wir da nicht getroffen Ah, den Greedo hat da richtig getroffen Nein Jawohl, trifft das Imperium Nein Nein Was macht denn der Oh, jetzt ist der Tod Schade Im Nahkampf wurde es dann doch ein bisschen schwer gegen Greedo Aber ich habe zumindest ein bisschen Schaden noch gemacht gehabt Ja, ich den Soros mit dem Asi-Schuss Ja 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 Sie haben leider noch einen Helden mehr Ja, aber du versagst hast du einfach versagt Jungen Ja Ich habe mein bestes Leben Es kann halt nicht immer reichen Das muss Da hinten der Olle Niemann Da sei hin Verdammt Josef 14 Napoli Ah, wo ist denn Was denn Ah, der fehlt hier nicht Nämlich das Ah, du mieses Stück Scheiße Penzi-Doll Na, 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 na Jetzt wird's Na, 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 na Guck mir ja wieder die Ausdrücke Ja, ja, ja Jetzt geht's Jetzt geht's wieder so los Ja, das ist Und dämpft Neuuuun Der Napoli schon wieder elf Lebensenergie Ja Leute, was macht ihr denn? Tom, wir haben noch 87% Was ist denn los mit euch? Ihr Würste Was machst du eigentlich? Andere Frage. Ich bin der Beste des Teams. Das mache ich. Rido ist tot. Wir haben gestoppt. Skill, Mann. Das war Skill. Wir spielen auf Unentschieden. Was ist das für eine Ansage, ey? Das klingt nach Verzweiflung. Das ist pure Verzweiflung. Wir spielen auf Unentschieden. Alter. Der Sorbus war ja der einzige, der mich angeschwächt hat, glaube ich. Der versucht es wenigstens hier. Was soll das heißen? Schwierig, Falte, Hannes. Das gibt es doch nicht. Na, Tombi wieder hält. Ne, leider nicht. Die Runde geht an euch. Tombi, geh auf Leer. Geh auf Leer. Das ist frem. Okay. Gar nicht wahr, ich bin Han Solo. So, Heilungsbonus für euch. Ihr seht so aus, als bräuchtet ihr Heilung. Da ist was. Das, was. Da hinten wieder. Das, was. Überrasch, Sir. Nein, 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 ich bin schon wieder killen, Krennic. Rieser, Krennic. Boah. Ah, hier ist Greedo. Oh, Greedo, 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 Greedo. Oh, wow, 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 wow. Greedo stänkert hier schon wieder rum. Oh, Greedo ist weg von Krennic. Nice, abgestorben, Krennic. Ganz schwach. Ganz schwach. Ganz schwach. Ganz schwach. Lüge. Garde, Lüge. Geil. Ey, spawnen direkt neben Greedo. Äh, ne. Boss. Sorry. Ja. Die sind alle gleich schässig. Weil sie im Gegenteam sind. Oh, ich muss mir den mal nicht nehmen. Den hat nicht mehr... Der Choke halt, die Sau. Der ist nur links gelaufen. Oh, mein Gott, Alter. Welche Fischbirne ist dazwischen gegangen, ne? Ey, ich hatte, glaube ich, nur noch 14 Lebensenergie. Der Chewie ist fast tot, Mann. Der Chewie ist fast tot. Ich hatte fast keine Lebensenergie mehr und da kommt einer und haut mich noch unter der Rakete weg. Jawoll, der Boss, der Boss, der Boss, rasiert. Dwayne, Dwayne. Ja, war ich, muss zurück, muss zurück. Ich komm zu dir. Oh, Mann. Ich hänge den Baum fest. Oh Gott, ich hänge den Baum fest. Kann doch nix, die Layer, die kann doch nix. Da spielen sie wieder auf Unentschieden. Alles Taktik, alles Taktik hier. Alles Taktik hier. Die Union. Nein. Der Tobi, nein. Das war knapp. Ich hätte ein bisschen höher zielen müssen. Ich hab noch überlegt, soll ich den Pläuter schmeißen? Aber ich hab mir gedacht, nee, komm. Komm, friss das. Oh, ich hänge hier fest, Mann. Nein, du mieses Schweif. Wo ist euch der Krennic? Der Krennic, das? Ja, finde ich, das hier. Wo kommst du denn her? Ja. Wo ist Krennic? Das ist noch volles Leben und steht irgendwo rum. Frage ist, wo? Der bewegt sich auch gar nicht, glaube ich. Na, ich hab's klar. Der spielt auch auf Unentschieden. Wollte sagen, wir spielen zwei Unentschieden. Bei der Helden, dann wird schwierig. Der Drain hat sich auch bestimmt mittlerweile auch vollgehalten. Ja, zu mir voll, ja. Ich such jetzt grad mal hier. Da ist der Krennic. Oh, was? Der hat echt volles Gemüse. Wo ist der? Kennst du grad gegen ihn? Der Turbi nennt's den mein Team-Mate? Ich meinte der Mixer. Der hat seinen Mixer aufgestellt. Der Mixer. Der ist in seiner Bubble, Mann. Ist das feige, ey. Ich krieg den nicht. Verdammt. Wo ist er? Da vorne ist er. Blöde Bubble, ey. Bubble Tee hier. Oh nein! Oh nein! Der Wichser, wer war? Dieser Pettigold. Oh nein, ich darfst nicht sagen. Der hat sich alle ausgeschaltet. Da machen sie den Ausgleich, da machen sie den Ausgleich. Das wird ne lange Runde wieder, ey. Wer war denn das? Wer war denn das? Bernd Kastl oder wer war jetzt, äh... Naja, eh Bernd Kastl. Lappen, ey. Dann spiel doch mal wieder als Jyn Erso. So. Eine Runde Gin. Ohne Tonic. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Los geht's! Los geht's. Ja, ich spreche. Geil. Jetzt streng dich mal an, Nils. Immer. Ich bin aber Mädel gerade hier. Was macht denn der Hand hier schon wieder? Der Hand steckt fest? Nee doch. Schon sagen wir auf K. Hast du Backer? Ah! Da kommen alle durch den Gang in der Mitte. Nein! Alter, was für ne Reichweite! Ja, es geht schon echt bald. So wie das Nese, ja? Das ist perfekt. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Jawoll, partnergerecht. Oh, da kommt weder von Nils. Nils, Raider. Oh, weg. Weg, 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 weg. Der Mosk ist schon hinten bei uns, ne? Ne? Nicht gut. Komm mal zum Hahn, komm. Wir bleiben zusammen. Da ist aber auch erst alleine. Ach, da ist im Ober, ey, ja. Im Busch wieder, ey. Da ist noch mal zum Busch. Da ist mal zum Busch. Oh, Wader. Wader Second. Oh Gott. Sehr gut. Gut so. Bleib da unten. Komm mal aus. Au, was ist das? Kommt da einer von dem Nahkampf, ey. Nein! Nicht auch noch du hier. Oh, was ist das denn? Nein! Es ging zwei Helden gleichzeitig. Geine Chance. Der Mann ist so kurz vorm Sterben, Mann. Nein, ist er nicht. Oh doch. Oh mein Gott, Leute, ey. Das ist mehr. Ich nehme gleich schon einen anderen Helden als... Er ging zwei Helden gleichzeitig, war leider zu viel. Der will ihn heilen, ey. Er will aber nicht geheilt werden, Mensch. Ja, ich glaube auch. Der ist doch mal. Hinter uns. Der mag das nicht. Der mag schon geheilt werden. Ja, probat noch was cooles Leben. Ja, ich seh's. Da ziehen wir dran vorbei hier. Da wird er gegrillt. Da wird er gegrillt. Oh Mann. Ich glaube, da müssen wir alle gegen Sauber spielen. Ich bin schon wieder Held. Wieso bin ich schon wieder Held? Egal. Ich spiele das nie im Namen. Das mache ich gerne. Suchen sich halt den Besten raus. Ja, das muss es gewesen sein. Ich bin immerhin nicht letzter. Tommi ganz alleine da auf der anderen Seite. Tja. So ist es manchmal. Aber trotzdem fühlt seine Seite. Das ist nicht gut. Nicht cool, nicht cool. Na dann, besiegen wir mal die Schurken. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. So, ich folg dem jetzt mal, Marcel hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist denn hier ein Auer? Na. Na, ist ein Auer. Bei der Mitte mein Geschütz aufgestellt. Ich glaube, das ist da ganz gut. Oh, das ist hochgegangen. Ich rechne mit weiter 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 verdammt Nein, nicht im Nahkampf, das ist nicht cool Ja toll, jetzt hab ich keine Chance, mich tot Geil, Radar nachkampf Oh Mann Mein Gott, so sind die denn Direkt im Nahkampf plötzlich stand Radar vor mir Das blöd, dass du mit manchen Helden Den anderen hält überhaupt keine Chance hast Nee, gar nicht wirklich gar nicht Das Kranik da vorne übrigens Doppelkreis drücken, wenn ihr ausweichen wollt Um das nochmal anzusprechen Oh, oh oh Komm schon, ihr macht das Oh mein Gott Dieser Pettigole Ich hab hier Dengar von mir Aus Dengar, außer weg Außer weg Oh, oh 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 Nein, ich hab gegen das Kranik gekämpft Aber das war eine relativ hoffnungslose Tat Da unten läuft sie Steckt sich im Sumpf hier Das ist die Dumpfer Stecktaktik, die ist ganz gut Die ist fast zu gut Ich spiele auch unentschieden Ich spiele auch unentschieden Ich wollte so sagen Ich spiele auch unentschieden Nee, nee, nee Wir müssen auf einmal noch einen killen Damit wir unentschieden spielen können Ja Wobei Dengar haben wir fast, Dengar haben wir fast Ja, sehr gut Ich halte mich schon Dengar, jetzt mach hier keinen Scheiß, Mann Doch Dengar, verrecke Dengar, 13 Lebensende hat er gerade eben noch gehabt Wir holen uns den Dengar Ist das traurig eigentlich Ich hole den Dengar, ich hab ihn gleich Nein Ja, voll Ja, voll So, jetzt auf Kranik, der ist auch so verstohlen Hier bei uns am Sworn, bei uns am Sworn Kranik hat sich geheilt, der hat wieder voll Lebensenergie Was machen die denn, ey? Ohne Team, ohne Team Nein, er hat noch 68, 68 Weißt du? Die scheiß Prinzessin sitzt halt oben, Alter Die scheiß Prinzessin Du Ein Tisch Immer diese Prinzessin Immer diese Prinzessin Verhält sich total Prinzessin in haften Summen Ja, das passt so zu Dwayne Dwayne ist auch immer die Prinzessin von euch beiden Dwayne ist die Prinzessin von euch beiden Okay, verstehe ich schon Auf Sorbus Erbse Ja, ja Ich bin der einzige der das Spiel noch am Laufen hält Ich such den Kranik doch Ja, auf Unentschieden hier Ich such den Kranik doch Ja, ja, ja Da vorne Wir haben seine Bubble, der Typ, Alter Ja, da ist echt der Bubble da schon wieder Ich bewege mich wenigstens noch, weißt du? Der bubbelt schon wieder da vorne Ja, Bubblegum hier, Alter Ah, das gewinnt er glaub ich noch Der hat nicht mehr viel Den haben wir weg Jetzt die Bubble weg Jetzt, jetzt, Drain, drauf, drauf, drauf Ich bin dabei, ich bin dabei Er rennt weg, die Sau Ich hab ihn Ich hab ihn, egal Ich hab ihn mit drauf geschossen 50 Punkte noch mal geholt Ey, 8 Sekunden, Alter Muss ich das wieder übernehmen Ey, die sind 2 gegen 1 und laufen da irgendwo rum, man Unmöglich sowas Unmöglich, ey, man, man, man Geht mal gar nicht Aber da ist doch das 2-2 Wahnsinn Sanktion, sie haben wieder aufgeklicken Die Runde bleibt weiterhin spannen Unglaublich In der letzten Minute dann hast du Zeit Zack, hat das ihn reingehauen Bam, völlig unerwart Oh Gott, ey Ich bin übrigens Rebellen-Soldat Und du? Ach, ehrlich, ey Bist du helft das hier? Ich auch leider Ich hab die meisten Kills in meinem Team, ey Was ist los hier? Was los? Ich hab die meisten Ich spiele auch ohne Team Ich spiele auch ohne Team Ich spiele auch ohne Team Nur die Lappen hier, ey Mann, Mann, Mann Ich wünsche jetzt das Team mal echt wechseln, ey Ich zeig dir gar keinen richtigen Lappen, ey Soll der Scheiß Bei Helmööse Schurken auf Kild spielt Ja, natürlich Junge, es geht auch mit dem Objektiv, Mann Musst du den Ablehn endlich anmachen Wo ist denn der Ablehn? Junge zum Ablehn Jetzt endlich der AT muss endlich da und gehen Wobei auch kommt von der linken Seite auf was? Oh Oh, wer rennt mir denn von nicht hin? Ey, ich bin hier fest, Alter Boah, was machen die denn, Mann Ja, der Güdo kassiert, der hat noch die Hälfte passiert Ey, ich kam da nicht mehr weg 50 Schaden gemacht mit der Granate Geil Ich hab' euch Jungs Ich hab' euch Jungs Ich hab' euch Jungs Boah ist nicht tot, Boah ist nicht tot Heilungseel Boah ist schon tot, Alter Er ist nicht Boah Fett, der hat mit dem schwarzen Helm? Ja, das ist doch der mit dem schwarzen Helm Der mit dem Lichtschwert Ja, lieber Roten Nein Guck doch mal in dein Regal Da hast du ein paar Figuren davon Ja Guck mal, Tommy ist Boah, guck mal hier Tommy ist Boah Fett, ja genau Der ist Boah Fett, ich hol's Boah Fett Ja Wuii Wuii So ein bisschen fehlt mir mein Jumppack Alter, bin ich gebounced Krass Krasser Bouncer Ey, ich hol mir die Blaster-Kanone wieder Vielleicht mach ich wieder so'n Lucky Shot wie vorhin Ja, meins Abstorben Nein, das war Skill Ah, Schade Skill und Drachenbursch in einem Satz ist passt nicht Sorry Siehste, Drachenbursch hat kein Skill ist somit auch kein guter Satz Genau Oh, alles klar, sorry Da kommt irgendwann schon noch jemand in der Eck Der Raider ist auf der rechten Seite von einem Schiff hier Oh Mann, oh Muss ich jetzt hier auch auf Unentschieden spielen oder was? Warum sind denn alle mal nicht tot? So viel Skill hast du glaub ich nicht, dass du auf Unentschieden spielen kannst Das ist eher so unser Ding Ja, ich glaub leider auch So, Granaten-Johnny ist da vorne schon wieder Granaten Das wird's gewesen sein Der hat nicht mehr viel gehabt oder was? Ja, der Granaten-Johnny Oh, und ich hab das Unentschieden Ich hab es Nein, der Emploader Oh mein Gott Das war's der Erste Komm her, nein, ich wollte dich boxen Wo seid ihr denn? Der hat 3% in dem Gasten, rechts Wo ist der, wo ist der, wo ist der Unentschieden? Wo wir vor dem Land gelaufen sind Wo wir vor dem Land gelaufen sind Wo wir vor dem Land gelaufen sind Wo schießt du denn hin, Darkseid? Ich schieß mit dir Da war ein weiter Soldaten noch gewesen Ey, was macht dieser Der ist hinter uns hinter uns hinter uns Was macht dieser dreckige Niren-Namp eigentlich Der ist 100% und hängt nur hinten rum, ey Oh Gott, ist das gerade das Noob-Do-Eines-Jahres gewesen? Kann mich mehr heilen hier aus meinem Spiel Ey, Leute, der hat nur noch 3% Was ist los mit euch? Hast du Ohren am Kopf, Alter? Der ist rechts, Mann, echt? Der wird hier grad beschossen, Mann Von irgendeinem Shadow-Tuber Ich kann nichts Du kannst nichts Oh, oh, 16 Sekunden Da ist er Mann! Ich muss mich um 3 Leute kümmern, die mich jagen hier Was ist los, ey? Na, 10 Sekunden ab dann noch Fürs Unentschieden Ah, 3% easy going für mich Ja, ja, und dann kommt der Schuss von hinten Bahn ist er tot Zack, eiskalt Mann, ey Oh, fuck, ich kam grad angezogen Ich steh rechts neben dir Da hat er auch mal entschieden gespielt Der hat das doch mal geschafft Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Weißt du, das ist das, das ist Drain was Ey, ich hab die meisten Kills Jetzt muss ich nicht sagen Ja, was musst du grade sagen, ey Ich war die ganze Zeit am Suchen gewesen Nein Ich hab dir die ganze Zeit gesagt, wo er ist Ich werd gejagt, ich werd gejagt, ich werd gejagt, ich werd gejagt Deine Mulla, Mann, ey Deine Mulla, ey Deine Mulla hat mehr du, es geht als du im Battlefront Oh Mann, Alter Jawoll, den ersten Assist schon geholt Der Meister der Assist, der schlägt wieder zu Ich geh mal mit Leia mit Ich kann mich nämlich heilen, das ist nett Alter, die jagen mich jetzt wirklich uns Ihm mal alle auf dich Da ist Luke, ich komm mal zu Luke Komm, Luke, wir machen Nimm das Guido, äh Drachenbusche Ja, ich seh's, ich seh's genau auf ihn drauf Den holen wir uns, den holen wir uns den Namen weg Der hat keine Chance Oh, jetzt kommt noch Bossk ja nach mir, kann ich hier Wursahhin, da läuft er Den hol ich mir, den hol ich mir Bleibst du da Bleibst du da Der hat mich gleich Oh Mann, oh Mann, oh Mann Der ist so grün, den sieht man nicht Das wird nicht, das wird nichts Der hat Tarnfarben Wo ist der Guido hin, verdammt Das gibt's doch nicht, der war doch grad auch hier Na, ich bin gleich tot Der Dings hier haut mich gleich weg Der hat... Der Bossk Ja Wo ist der verdammte Guido hin Der Guido's down jetzt Na, wunderbar Hier unter dem Crawler, unter dem Crawler Hälft mir, helft mir Jungs Bin unter dem Crawler Da ist der Bossk Wir haben nur noch einen ey Wie viel hat ein Bossk noch? Der hat immer 16 Der hat immer 16 Zombie geht rauf Der will nicht Der ist hier, hier, hinter dir, hinter dir Der hat nicht mehr viel, 20% Okay, holen wir uns, holen wir uns Ich komm hinter ihm her Hey, komm Was ist denn hier der Chewbacca? Ja, ich musste ja abhauen, ich musste nachladen Ja, bin wieder am Start Boah, Alter, wie er passiert Ist er da? Drachenbusch, warte, 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 ich geb dir noch Heilung Warte nicht, warte nicht, warte nicht Wo ist der? Was ist der hinter, Kerl? Ich komme Unentschieden, unentschieden Der hat nichts mehr entschieden Bleib mal stehen, drachenbusch Der ist fast tot Der ist fast tot Der ist fast tot Der ist fast tot Der ist im Spawn, glaub ich Der ist im Spawn, glaub ich Effekte Voraussetzung für Unentschieden Nix ist es Hier gibt's keine Unentschieden Alles oder nix gibt's hier nur Gott, der kommt gleich auf mich zu, oder? Hier ist er doch, hier ist er Ich hab ihn, ich hab ihn Hier ist er, hinter dir Hinter mir? Oh, der war hinter dir Der hat sich versteckt hinter dir Oh, Sauerei Der war an dieser schwarzen Kuh Der war drinnen, Mann Ich holen wir uns schon Geht das, ihr Drachenbursche, Mensch Der kriegt nix mit Der kriegt nix mit Der kriegt nix mit Ich schrei darüber Wo ist der? Nein, nein, nein Nein, nein Nein, nein Ja, 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 ja Nein Wie knapp Wie viel hatte der noch? Der war so kurz vorm Sterben Das war ziemlich knapp Das war ziemlich knapp Boah, diese Emotionen Das wäre beeindruckend gewesen, glaub ich Ich glaub's auch, ja Es war nicht viel Die blöden Granaten haben mir so viel Schaden gemacht Das war das Problem Das ist unfassbar Unfassbar Jetzt müssen wir wieder ausgleichen Jetzt müssen wir wieder ausgleichen Drachenbursche Und jetzt wollen wir jetzt was netze machen müssen Was ist los? Was ist los? Was ist los mit dir, Mann? Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes noch mal in der Übersicht findest Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler Ich wünsch dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein Servus